Die Konfirmandenzeit in Eversten Wann fängt die Konfirmandenzeit an und wer kann sich dazu anmelden? Die Konfirmandenzeit beginnt für Eversten und Bloerfelde im Jahr 2021. Wenn du dann so etwa zwölf Jahre alt bist und in die siebte Klasse gehst, dann kannst du dich jetzt anmelden. Und natürlich auch, wenn du richtig Lust auf Konfirmandenzeit hast. Und die Konfirmandenzeit endet dann natürlich mit eurer Konfirmation im Jahr 2022. Die findet dann so im April oder Mai statt, jeweils in der Kirche, in der ihr die Konfirmandenzeit erlebt habt. Die Konfirmandenachmittage selber finden dann jeweils in dem Gemeindezentrum statt, für das du dich angemeldet hast. Hier im Nikolai-Gemeindezentrum finden die Konfistunden dann immer am Donnerstagnachmittag statt. Um welche Uhrzeit dann genau, das machen wir gemeinsam dann aus mit allen, die dabei sind. In Bloerfelde treffen wir uns am Dienstag. Ungefähr 90 Minuten, alle zwei Wochen. Und an Sankt Ansgar treffen wir uns donnerstags, alle 14 Tage für 90 Minuten. Wann genau wir uns treffen und welche Uhrzeit, das verabreden wir gemeinsam zu Beginn. Du kannst dir übrigens den Ort aussuchen, wo du hingehen möchtest, ob nach Nikolai, Bloerfelde oder hier zu Sankt Ansgar. Was wir an den Nachmittagen machen, ist an allen drei Orten ungefähr gleich. Wir erzählen euch was über die Kirche. Wir laden euch ein, Glaube und Kirche kennenzulernen. Wir zeigen euch, wofür unser Herz schlägt. Denn wir glauben, dass unsere Gemeinden auch für euch ein Zuhause werden können. Und dann treffen wir uns immer mal wieder zu besonderen Tagen. Hier in Eberson zum Beispiel zu einer Fahrradrallye, um den Stadtteil zu entdecken. Oder in der Stadt zu besonderen Konfitagen. Und dann gehört dazu das Konfi-Camp. Fünf Tage, die wir miteinander verbringen. In den Herbstherien 2021, so Corona uns lässt. Hier in Eberson gehört das Konfi-Camp verbindlich dazu. Da macht jede Konfirmandin, jeder Konfirmand mit. Und hoffentlich bist auch du dabei. Wie das konkret aussieht, davon gibt es jetzt einen Eindruck. Wie das mit Eberson. Wie ihr gemerkt habt, so ungefähr sieht unser großes Konfi-Camp aus. Da sind so viele Leute. Das schaffen natürlich die drei Pastoren nicht alleine. Deshalb bin ich da. Martin Klimaschewski, ich bin Kreisjugenddiakon. Und ich bin nicht alleine. Da sind ganz viele Gruppenleitende. Die sind auch dabei. Und dann ist im Jahre 2022, im April oder Mai, der große Tag eurer Konfirmation da. Aber vielleicht habt ihr dazu ja auch noch ein paar Fragen. Genau. Wie oft muss man eigentlich zum Gottesdienst? Das ist bei allen drei ungefähr gleich. 30 Mal klingt viel, aber für anderthalb Jahre ist das eigentlich nicht wirklich viel. In der Konfi-Zeit geht es darum, dass man seine Gemeinde kennenlernt. Und der Gottesdienst ist ein ganz wichtiges Element. Also solltet ihr auch die Gottesdienste kennenlernen und da mehrmals hingehen. Und auch erleben, wie das so ist und wie unterschiedlich die auch sein können. Die Frage ist ja, muss ich eigentlich viel lernen? In der Konfi-Zeit ist da viel auswendig zu lernen? Nein, das ist auch ungefähr gleich. Es geht um die grundlegenden Texte des christlichen Glaubens. Und dafür sind anderthalb Jahre wirklich genug Zeit, um die auswendig zu lernen. Überhaupt soll das bei uns eigentlich nicht so sein wie Schule. Deshalb reden wir auch nicht von konfirmandem Unterricht, sondern von der konfirmanden Zeit. Von welchen Pastoren oder von welcher Pastorin werde ich denn konfirmiert am Ende? Eure Konfirmation findet dann in der Kirche statt, wo ihr auch immer zur konfirmanden Zeit gewesen seid. Und ihr werdet von der Pastorin oder dem Pastor konfirmiert, die euch in den eineinhalb Jahren begleitet hat. Und eine ganz wichtige Frage, was kostet mich denn das alles? Das Konfi-Camp kostet 170 Euro. Wenn das zu viel sein sollte, wenn ihr Probleme damit habt, sprecht uns einfach an. Wir haben immer ein paar Töpfe, mit denen wir helfen können. Und dazu braucht ihr bei den Konfern-Nachmittagen was zu schreiben und eine Bibel. Die gibt es oft schon ganz günstig in der Buchhandlung für ungefähr 10 Euro. Das klingt doch alles toll. Und wo kann ich mich jetzt anmelden? Am besten schaut ihr mal auf unsere Internetseite. Dort gibt es das Anmeldeformular auch zum Runterladen. Das kriegt ihr übrigens aber auch mit der Post zugeschickt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auf der Internetseite auch die Telefonnummern und die E-Mail-Adressen von uns Pastoren finden. Dann könnt ihr gerne euch bei uns melden, wenn ihr oder eure Eltern Fragen habt. Ja, und vielleicht sehen wir uns dann bald wieder. Oder wir lernen uns kennen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.